Ich kann ihn rennen, der Call ist rennen, der Call ist rennen, der Call ist rennen. Hey, er tanzt, er tanzt! Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute schauen wir uns gemeinsam etwas richtig, richtig Wichtiges an, und zwar einen der besten Spieler der Welt. Er hat bei der WM über 50.000 Punkte erspielt, ist einer der deutschen Underdogs, ist komplett eskaliert. Meine Freunde, macht die krassen Streaming-Zahlen und ist wirklich der heftigste Aimer und der heftigste Bauer in ganz Deutschland. Meine Freunde, wir reden von Trimax, wir schauen uns heute best auf Trimax-Verhältnis an, gemeinsam mit dem guten Herrn Weif HD. Was geht? Was geht ab, Leute? Hast du gemerkt, ich war endlich mal freundlich zu dir, Alter? Ich hab mich gerade innerlich wirklich gefreut, muss ich mal sagen. Ja gut, hör doch jetzt auf, halt bitte die Fresse. Leute, da Trimax und ich hier gemeinsam Lost-Clang gebaut und erfunden und aufgebaut haben... Kurzfrage, darf ich da eigentlich rein? Lukas, wenn du dich bewirbst, bitte gerne mach das, ja. Leute, würde ich sagen, schaue ich mir doch ganz kurz, was der andere CEO vom Lost-Clang so drauf hat. Es gibt auch eine Menge, Menge dieser Fail-Compilations, glaube ich, von mir. Falls nicht, dann wird es auf jeden Fall mal Zeit, dass bitte jemand so eine erstellt, weil ich bin mindestens genauso beschissen, wenn ich sogar beschissene. Aber, meine Freunde, das 1 gegen 1 habe ich immer noch peinlicherweise gewonnen. Keiner weiß, wie es passiert, es ist einfach passiert. Ich wollte sagen, Leute, wir gönnen es jetzt mal ganz kurz rein. Ich hoffe mal, dass es eine der Clips ist, die ich noch nicht kenne hier, aber ich bin da relativ optimistisch, weil es gibt echt eine Menge Fails von Trimax. Max, nimm das nicht persönlich, ich liebe dich, ich küsse dein Auge. Digga, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dahinter steht. Auf geht's, Digga. Ah, hier, die spielen gerade TTT mit Kamo und Hori, vor ihm, glaube ich, Kamo. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, alter, hast du... Max, Max, alter. Oh mein Gott, Max. Okay, bester Skin, by the way. Och, Max. Hä? Die hat man doch so krass gesehen. Die war gleich im Moment, wo ich die Tür... Anders auffällig. Hä? 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 Hier ist eine Random-Granate, die laggt. Ja, die Random-Granate, die laggt, die hat man sogar gesehen. Ja, aber hä, ich dachte, oh ne Sch***, die buggt wieder, weil die Fortnite, das magst du ja wirklich nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war der dümmste Ton aller Zeiten. Wann sind noch mehr direkt? Okay, mit der Fastel hier gemeinsam. Ähm, Max. Oh, ich lebe nicht. Max. Ja, aber das war ja wohl drauf, Game. Aber jetzt, aber jetzt hitte der, hitte der. Oh nein, dieser Typ, guck ihn dir an. Snowskin. Oh mein Gott. Philipp! No! Max, alter, ich schwöre dir... Junge, Junge, Junge. Nice. Die hat man ja so hart gesehen. Oh, oh. Hä? Oh. Max? 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 Was? Hat der gerade Bandos sich eingegirrt? Das war ein Minis, Digga. Oder? Ich glaube, das war ein Bandos, Junge. Oh mein Gott. Mit Marcel zusammensteigen. Der war so low. 50 AP, ich hätte vier Hits locker. Ich habe fünfmal angefangen, mir irgendeine Sch*** zu geben. Ah, das war ein Bandos, sorry. Wenn man das nicht drücken kann. Ey, das nervt so, wenn man so kacke ist. Wir alle fühlen das, er weiß auch. Ja. Ah, hier, paar Lootenskins. Okay, Max ist hier gerade drinnen. So random einfach rumschießen. Ja. Ja. Was macht ihr denn? Was? No way. Okay. Max? Ich habe wirklich einen ganz, ich habe keinen Schuss mehr. Hast du einen Schuss? Okay, jetzt hier Monte Parcours. Kann man die Eisfall noch dodgen? Ja gut, da darf ich nichts sagen, Digga. Ich bin noch schlechter als er. Das schaffe ich nicht mal. Ja. Ich bin drüben. Hier ist eine Falle. Das hat mir niemand gesagt. Ich habe keinen Bock mehr, da bin ich raus. Okay, sowas aber, ne. Ich kann aber Jumparounds auch gar nicht. Da darf ich nicht lachen eigentlich. Ich mache jetzt einen Play, Leute. Achtung, er macht einen Play. Jetzt heilt die Towers. Was? Oh nein, Max. Nein, nein, komm. Wohin? Wohin soll ich die Granate gehen, Max? Ich glaube, er werft nach unten und will über... Du musst ja früher werfen. Ey, man muss sie doch abwerfen. Wenn man schon fängt. Ja, ja. Oh mein Gott. Was? Okay, aber Bloom. Ganz ehrlich, Bloom, Digga. Das kann nicht sein. Ich wollte gerade sagen, Digga. Er war ja anders drauf. Okay, jetzt kommen sie wieder. Die Pro Balloons. Er wird runtergeschossen. Was? Das ist einfach zu hoch. Max? 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 Lass die Ballons los. Max? Max? Ähm. Was? Max, Luftballon neben. Was? Max? Ich denke, hier ist ein Baun... Digga, an der Ecken sind keine Bouncer. An der Ecken sind keine Bouncer. An der Ecken sind keine Bouncer. Komm, Kiel, bring dich um. An der Ecken sind keine Bouncer. Ey Marcel, wie viel IQ wäre dieser Play gewesen? Was ist denn jetzt hier? Lebt ihr noch? Klar leben wir noch. Wir haben vier Kills. Jo, ich bin down. Ja klar leben wir noch. Ich hab vier Kills. Jo, ich bin down. Stark. Piu. Schön. Komplett nur AP. Max? Also Max bauen oder? Oh mein Gott, die Zombies haben abgebaut. Ich bin nicht... Was war das jetzt? Die Zombies haben abgebaut. Ich hab's nicht gecheckt. Ach, lol. Ich dachte immer noch mal helfen. Boah, Digga, Flugzeuge. Er fällt runter. Oder wird gesniped. Oh, da fliegt ein anderes Flugzeug. Siehst du's? Und was macht es denn? Wo denn? Wo denn? Ach, da, lol. Hallo? Das ist ein Kackflugzeug. Ach, das war unser. Loll. Hä? Oh mein Gott. Du bist jetzt so peinlich. Das hab ich ja gar nicht gedacht. Das war der ein einfach Flugzeug. Alter. Junge, Alter. Nein, oder? Nein, oder? Okay, nice, nice, nice. Lol, er ist durch. Er ist durch und Max fällt runter. Hä? What? Hä? Was? Alter, der hat einen No-Scope-Sniper gegeben. Er ist komplett advanced. Oh, irgendwas ganz krankes passiert. Der hat auch ganz schnell gebaut, ja. Oh shit. Schade, Diggy. Das ist halt manchmal, das rief man einfach auf so Vollidioten. Komm schon, du, komm schon. Ohhhh. Digga, das waren noch Zeiten, Alter. Als... Diese kacken Inseln da war der Ludling, war. Keine Waffe für mich in dieser Runde. Ich komm hier nicht hoch. Ich hab'n Grappler-Halsmaul. Ich hab's trotzdem. Wollen wir uns alles rausschneiden, bitte? Hä? Ich schieß doch öfters. Ja. Er fällt runter. Ja, doch, easy. Junge, Junge, Junge. Ich hab'n Grappler-Halsmaul. Er ist ihm erst dann aufhält, ne? Geh, Junge. Los. Ja, es ist... Das ist meine Rede. Los Clan A-Persona, Digga. Ich. Es geht nicht. Ich konnte es. Aber er ist tot. Ja. Ja. Er hat's geschafft. Ne, verloren. Hä? Ich hab'n E-Fried-Halsmaul. Ja, ich hab'n E-Fried-Halsmaul. Ich hab'n E-Fried-Halsmaul. Ich hab'n E-Fried-Halsmaul. Ich hab'n E-Fried-Halsmaul nicht hinlaufen. Oh, ne. Das glaub'n ich dir jetzt nicht, ne? Kennst du das? Er kommt gar nicht klar. Ja, man. Safe, Digga. Safe und dann sowas. Oh, Max, Alter. Ich leide so mit dir, Bruder. Ich fühl' das so sehr in meinem Herzen. Oh, shit, Digga. Einer Böller. Oh mein Gott. Hab zwei. Okay, dieses Edit. Hä? Was macht der? Low, dead low. Hä? Max? Oh, hier unter mir. Ich komm jetzt dazu. Nee, ich fall schon wieder runter. Jetzt fall ich nicht runter. Ich fall runter. Ich fälls jo, ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Ich hab die Runde alles getroffen. Ich hab den Berg runtergefangen. Nee, wieso ist da jetzt so ne Leidung in der Stippe? Dig, was hat das? Ich kann den, ne, der Call ist drin. Der Call ist drin. Oh shit. Hey, er tanzt, er tanzt! Krach. Oh, Mann, nochmal. Was ist denn nochmal? Oh, Mann. Wieso ist der Schwing? Das ist neu. Wenn man tanzt... Wo war das jetzt? Wo war das? Ich will es nochmal sehen. Da. Nee, eins zurück. Hey, er tanzt, er tanzt! Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Das ist neu. Das ist neu. Wenn man tanzt... Boah, geil. 25er, sehr stark. Komm, gib' ihm. Oh, no, Digga. Aim absolut los! Okay, das war ich los gerade. Hey, das hab ich so nicht gedrückt. Q... Q... Laufen... Q... Laufen... Q... F... Ja, das ist brutal. Also, dann zusätzlich noch was... Hä? Was? Ja, das ist brutal, das ist brutal! Die ganzen Pros können das! Alter, ihr sche... Pros, ihr habt doch richtig Probleme! Hä? Also... Digga, das ist so krass! Das geht ja gut! Ja. Das warst du! Du hast dich gekillt! Oh mein... LoL, guck mal, das ist aus Season 0, also 1, oder was? Ja. Er hat seinen Teammate einfach geholt. Komm her! Halt's Maul! Ich hab dich hinter dir gesagt! Er hat einfach Strobel weggasiert. Das war Season 1, war das. Aber aufgeregt, ich würd's feiern, wenn das wiederkommt. Ja, same. Ich würd' dich so abpacken. Digga, ich würd' dich auch so anders! Tschüss! Das sind aber alles sehr alte Clips von Max, muss man dazu sagen. Max ist jetzt deutlich besser, ne? Ja, ja, ich weiß, dass er auf jeden Fall krass spielt. Oh, Fraketenwerfer! Kannst du schon... Oder, ne? Ne... Doch, da kommt er! Oh, schön! Oh nein, Digga, aber das war Badlack, Digga, das war Badlack! Diese Rockets, die gehen mir so auf die Eier! Uuuuh! Der Gegner sieht ihr nicht, oder? LoL, ne! Oh Mann, ja, genau in dem Moment hat der Tower noch gegangen, ne? Ah, hier, Sniper-Modus. Max ist eigentlich krasser Sniper, muss man sagen. Ne! Was?! Wieso hat der da nicht reagiert? Das sollte im Sniper-Modus verboten werden, da kann ich doch nichts machen! Doch, du kannst dich herausbauen. Ja. Also, zwei Hits und dann ist das down. Oder komplett in die Ecke gehen, ne? Da glaub ich auch noch überlebt. Alter, ich bin... Max! Oh, bruh! Max, Bruder! Aber jeder hat diese Momente bei Fortnite. Wieso bearbeitet der nicht? Alter, ist der verschwitzt! Ne! Der darf mich nicht töten! Sto... Digga, was! Der Strobel! ... Hier rumschreit! Oh, loL. Oh Marx! Max, das ist ne laufendige Kartoffel, Digga! Der schießt mit der Schrotflinte auf! Uhuuuhu! Stimmt! Max! 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 loud! Was?! Digga, pummt an und ab geht's! Ja, ja! Ja, keine Mass, Bruder! Aber jetzt kommt der Pulsnetplay, ich seh's schon. Ich find's auch so süß, wie er langsam wechselt, weißt du, was ich meine? Ja. Achso, das ist auch schon dick lange her. Oh mein Gott. Gebaut hat er dabei schon ganz gut jetzt, ja. Unter ihm jetzt erplast die Falle. Oh, Trap. Oh ja, ich bin über den Trap. Nein, bitte holt mich hier raus. Oh Gott, bitte. Bitte holt mich hier raus. Bitte. Oh shit. Was soll ich sagen? Lost Trimax, auf jeden Fall der beste Spieler, den ganz Europa jemals gesehen und hervorgebracht hat, meine Freunde. Ey, warte mal, Trimax war doch auch bei diesem Pro im Turnier, oder? Ja. Hat er da was gerissen? Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei Trimax und der Weib vorbei, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sind damit raus. Max, ich küsse ein Auge, Digga. Bester Spieler in meinem Herzen, du weißt. Macht's gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, schubi.